Die Küche Weil hier ist ja der Fahrstuhl mit dem wir runtergekommen sind. Hier sind wir vorhin gar nicht lang gelaufen. So, das will ich aber jetzt noch mal machen. Das ist der Raum von der anderen Seite, ne? Alter rauf. Geht da rauf. Hm, da geht. Scheinwerfer ohne Ende. Also, wie groß rumspielen kann man nicht. Alter. Hm, okay. Oh, Pizza oder? Naja, das sieht aus wie eine Pizza. Sorry. Okay, es gab keine Pizza. Aber, schöne Sachen zum Einsammeln. So, wir müssen nach wie vor Sockerlauch finden. Ah, das ganze Ding ist doch hier runter. Kann man doch irgendwie runterfahren? Man kann alles runterfahren und rauffahren. Das ist echte Hölle. Ah. Komm. Ja, ach du Scheiße. Was steht dahinter? Die Kampfmaschinenteile. Alter, ich will hier wieder raus. Boah. Wie war das? Oh. Laden Sie die zweite Spule. Diese Wiedergabe weist auf eine Mutmaß. Wiedergabe zeigt käminelles Profil. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Ah, okay. Kann ich gegen den fighten? Ich weiß es nicht. Mal ausprobieren. Ah, geht nicht so gut. Ja, den nicht kaputt kriegen wir den nicht. Okay, vergiss das, ne? Da habe ich gar keinen Nerv auf. Machen wir gleich mal. Obwohl es scheint auf dieser Ebene zu sein. Oh, Scheiße, echt. Muss ich da durch oder was? Ne. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, mich da durchzufallen mit diesen Scheißdingern. Ist das denn wirklich so? Jetzt da reinschauen irgendwie. Der Herr Sokolov liegt ja da. Ach, Scheiße. Da liegt der Kollege. Das heißt, wir müssen uns hier durchfummeln. Hm. Nicht einfach. Wie viele von den Männchen stehen denn hier rum? Nur das eine hier. Wo ist denn der? Ich glaube, wir tricksen kann man doch nicht, ne? Ah, Shit. Okay. Was haben wir denn noch so an... Patronen 3? Das wird nicht reichen. Sie glauben, dass Sie mich töten werden. Doch stattessen werden Sie mir neue Erkenntnisse erliefern. Erhöhe Temperatur des Öltanks. Okay, 3 reichen nicht. Das letzte, was Sie sehen, ist ein wundervolles Werk des Ingenieurskunft. Der Föhepunkt aller Erfindungen. Nicht aus der Erfindung. Ach, es ist ein Fall. Kampfprotokoll 6. Kampfprotokoll 8. Protokoll 6, Kampfprotokoll 8. Das wird wahnsinnig. Gehre besuchen als der Test. Die Ere Test machen Sie am Ende. Stärker. Kaputt muss er sein. Stärker. Okay, schön überlegt. Ich bin kaputt. Bam. So. Noch Fragen? Das Wetter lag, dass Sie eben zerstört haben bei der Protokoll für eine Raubwahrnehmung. Ich sammle es und fülle es meiner Galerie hinzu. Es ist sehr kaputt. Okay, aber sind das da Schalter, wo ich vorhin draufgetrampelt bin? Das da, ne? Das sind so Schalter, die irgendwas auslösen. Das lasse ich mal lieber. So, und der Kollege Sokolov war doch irgendwo hier. Äh, da drin. Komm mal da rein. Er ist nochmal langsneaken hier. Geht's da dann schon rein jetzt bei ihm? Irgendwo? Tür auf, Tür zu? Nö. Äh. Ich vermute wirklich mal, ich trete nicht auf diese Dinger da. Diese Schaltflächen. Das ist nicht gesund, glaube ich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Ding mit den Brettern, aha, hier ist noch eins. Dass das mit den Brettern das ist, wo man drauf muss, oder? Ja. So, sagen wir nicht böse, Soki, aber ich esse mal dein Obst, ne? Und dein Brot. Du weißt das dann nicht. Bist du ja Künstler? Brotlose Künst. Okay, da ist noch ein Schalter, der lässt uns dann wieder hier raus, wahrscheinlich, ne? Okay, Soki, was geht ab? Alter. Soki. Kann das sein, ist das die junge Emily Caldwin? Anton, sparen Sie Ihre Kräfte. Ich bringe Sie hier raus. Jindosh führt mehr im Schilde als wir ahnen. Eine Armee seiner mechanischen Soldaten. Das wäre das Ende. Oh. Ich werde Jindosh bald besuchen, alter Freund. Äh, Soki? Ist Soki jetzt kaputt, oder was? Tragen. Ist das bewusstlos? Wir haben also Sokolov. Und jetzt. Im Wagen sind Sie sicherer, Sokolov. Ich schulde Jindosh einen Besuch. Im Wagen, okay. Mit ihm rüber kommen wir dann nicht gebeamt, ne? Das geht nicht, oder? Oder doch? Ja doch, mit Soki drauf geht's auch. So, wie kommen wir jetzt dann aber hier rein? Mit der Schaltfläche wahrscheinlich, oder? Hm, äh, ne. Okay, thank you. Wieder runter gehen. Wenn ich wieder raufgehe, was passiert, fährt es wieder runter. Okay. Aber es fährt runter, das ist übrigens, das ist gut. Ah, man muss drauf stehen bleiben. Das ist natürlich böse. Okay. Ah, man kann das auch mit einem guten Timing, kann man das vielleicht, kann man sich doch hinbeamen. Geht das? Okay, dann lassen wir das so. Weil die können wir doch worum gehen, oder? Ja, alles klar. Soki schläft, echt. Ist der Wahnsinn. Hier durch, ne, oder? Okay, wir müssen Sokoloft komplett rausbringen in den Wagen. Was haben wir denn hier noch? Ein paar Pfeile. Hauen die ab? Ne. Was? Okay, jetzt will ich mal wissen, kann ich die Pfeile wieder einsammeln? Ja. Das geht. Muss man auch alles schön einzeln einsammeln, ne? Okay, aber das ist schon mal gut. So, Soki, alte Nase. Nicht schlafen. Mitkommen. So, alter ist ein Schnarchen. Okay, wir müssen in den ersten Stock eigentlich nur, ne? Und raus. Das ist eigentlich, ähm, ist jetzt nicht so hot. Klingt, als wären Sie verletzt. Kein kaiserlicher Schutzherr diesmal, liebe Emily. Hm. So, rein theoretisch, wenn er jetzt seinen komischen Schutzschild da nicht anschaltet, kann ich da eigentlich nur durchgehen. Das wäre auch nicht so schlecht. Lass mal gucken, ob ich hier so durchkrabbeln kann mit ihm. Äh, Moment. Da wird hier was umgebaut, der Kollege. Oder kann ich hier einfach durchgehen? War ich in dem Raum vorhin? Mich gar nicht einladen. Doch, klar. So, Waiting Room. Können wir machen, wollen wir aber nicht. Wir wollen hier raus. Oh. Mit ihm kann ich auch schleichen. Okay. Oh, ja. Nein, nicht bewegen. Oh, scheiße. Hätte ich das gewusst? Aber nur einen. Okay, mit Socki, das war ein bisschen... Achso, ist noch einer. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ordnung her. Erhöhe die Energie, die nicht nur neben uns. Wenn der Kopp-Aktik-Aufvertragende Koppel ist... Okay, kaputt hacken kann man die auf jeden Fall. Es geht. Alles klar. Die kotzen einfach nur irgendwas. Das ist mir doch wurscht. Okay. Eingipser, ne? Oh, scheiße. Wie viele sind das denn bitte? Ich sehe doch nicht alle kaputt gehauen. Okay, dann verminen wir den Laden halt. Lass mal gucken hier. Eine hauen wir hier hin. Eine hauen wir da hin. Da hauen wir meinetwegen. Hier hin. So, dann haben wir dann noch hier so einen alten Brandbolzen. Haben wir auch noch. So, jetzt kommt mal, ihr Vögel. Überhitzen ist ja auch nicht eure Stärke. So, guck, guck. Hier, guck mal, ich bewege mich, du hörst mich. Komm. Sie ist komplett im Arsch. Okay, wir sind ja schon ein bisschen blöde gelegen. So, komm, Socki. Ach, übrigens, Socki, wir müssen mal speichern. So, Socki, alte Maschine. Können wir da rausgehen, ja, ne? Also zumindest ist Anton sicher. Jetzt zur Jindosh. Genau, Socki haben wir gemacht gemacht. Und jetzt auf geht's zum Jindosh. Jindosh holen wir uns aber. Ihr wisst es, er ist in der nächsten Session. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.